Wollt ihr mal ein Haus kaufen oder nicht? Oder ein teures Auto vielleicht? Oder das mit der Altersvorsorge dann endlich mal richtig klären? Wisst ihr noch nicht so genau? Keine Ahnung? Naja, müsst ihr ja vielleicht auch noch nicht jetzt entscheiden, oder? Falsch! Wenn ihr bestimmte Dinge zu lange vor euch herschiebt, kostet euch das wahres Geld. In diesem Video zeigen wir euch, welche Finanzentscheidungen ihr unbedingt früh in euren 30ern treffen sollt. Denn Zeit ist Geld und die Uhr tickt. Ich bin Saidi von Finanztipp, viel Spaß bei dem Video. Planung ist alles, vor allen Dingen bei den Finanzen. Wenn ihr klug plant und kluge finanzielle Entscheidungen trefft, zahlt sich das wortwörtlich aus. Zum Beispiel bei solchen Themen wie Immobilie, Steuern oder auch Sparquote. Wir haben euch drei Beispielszenarien vorbereitet und zeigen euch da jeweils, wie viel Geld euch verloren geht, wenn ihr bestimmte wichtige Entscheidungen eben zu lange vor euch herschiebt. Da haben wir zunächst einmal Linda, die Unentschlossene. Linda ist 37 und beim Thema ETFs weiß sie nicht so richtig, ob das was für sie ist. Sie hat sich mit dem Thema nie so richtig auseinandergesetzt. Und außerdem hat sie so ein bisschen im Hinterkopf, ob sie sich nicht doch noch vielleicht eine Wohnung kaufen möchte. Und dafür braucht sie natürlich Eigenkapital. Und dafür beweist sie sich jeden Monat seit zehn Jahren 400 Euro aufs Tagesgeldkonto. Da haben sich dann 48.000 Euro angesammelt plus ein bisschen Zinsen, sagen wir 0,2 Prozent auf ihr Tagesgeld. Da steht sie bei 48.500 Euro. Problem an der Sache, Linda ist eben unentschlossen. Und genauso wie sie sich noch nie wirklich mit dem Thema Aktien und ETFs auseinandergesetzt hat, ist sie die anstrengende Wohnungssuche auch nie richtig angegangen. Und jetzt mit 37 beschäftigt sie sich ein bisschen damit und stellt fest, oh je, das ist alles viel zu teuer, das wird nichts mit der Wohnung. Jetzt hat Linda auf dem Tagesgeld 48.500 Euro rumliegen und die werden jetzt gerade mehr denn je von der Inflation aufgefressen. Linda entscheidet sich, 10.000 Euro dort liegen zu lassen als Notgroschen und die restlichen 38.500 jetzt doch sinnvollerweise in einen weltweit anlegenden Aktien-ETF zu investieren plus zusätzlich eben die Sparrate von 400 Euro. Und wir rechnen mit einer durchschnittlichen Rendite von 6 Prozent pro Jahr. So, wenn sie das jetzt 30 Jahre lang bis zum Renteneintritt mit 67 durchhält, dann ist Linda da bei 6 Prozent eben bei 613.000 Euro brutto Vorsteuern rund angekommen. Nicht schlecht. Aber was man dabei halt übersehen kann, ist, wie viel Geld Linda in der Zwischenzeit tatsächlich verschenkt hat. Denn was wäre gewesen, wenn Linda schon mit 30 entschieden hätte, dass der langfristige Plan mit der Wohnung nichts wird und sie stattdessen eben auf einen ETF und einen ETF-Sparplan setzen hätte können. Dann hat sie mit 30 gute 14.400 Euro schon auf dem Tagesgeld angespart. Davon lässt sie jetzt wieder 10.000 Euro auf dem Tagesgeld liegen und investiert die restlichen 4.400 und vor allen Dingen die 400-ETF-Sparplan eben jetzt schon sieben Jahre eher in einen ETF. So, wenn das schon eben ab 30 läuft und nicht erst ab 37, dann hat Linda mit 67 im Depot 669.000 Euro rund. Brutto, ja. Das heißt, die sieben Jahre zögern, zaudern, sich nicht mit dem Thema beschäftigen, Frage nicht geklärt, ob Wohnung ja oder nein, haben sie am Ende 56.000 Euro brutto gekostet. Ganz schöner Happen an Zinseszinseffekt, der da entgangen ist. Entscheidung Nummer 1 also, die ihr frühzeitig treffen solltet, entscheidet euch so früh wie möglich für oder gegen eine Immobilie. Denn auf rumliegendes Geld, auf dem Tagesgeld, auf dem Festgeld etc. gibt es halt derzeit kaum Zinsen, die auch noch deutlich weit unter der Inflation liegen. Hier ein paar Tipps, die euch diese Entscheidung leichter machen können. Stellt euch folgende Fragen. Zunächst einmal, seid ihr überhaupt sesshaft genug? Könnt ihr euch für eine längere Zeit an einen Ort binden? Seid ihr so der Typ, der eine Immobilie in Schuss halten möchte? Fenster müssen erneuert werden, an der Heizung mal rumgeschraubt werden und überhaupt geht dauernd irgendwas kaputt. Und könnt ihr genug Eigenkapital überhaupt aufbringen für genug Wohnfläche für eure Situation und seid ihr auch bereit, so lange, wie ihr es eben braucht, einen solchen Kredit abzutragen? Unser zweites Szenario ist Andi. Andi ist 32 und ist so mit der Einstellung unterwegs, Geld ist für hier und jetzt da und nicht so sehr für später. Er spart nicht wirklich regelmäßig, sondern eher unregelmäßig und hat es trotzdem irgendwie geschafft, 7000 Euro auf die Seite zu kriegen. Er probiert gern mal was aus und hört dann von Freunden, hey, das mit dem Bitcoin ist doch eine richtig gute Idee und kommt also auf die Idee von seinen 7000 Euro, 2000 Euro als immerhin Notgroschen liegen zu lassen und 5000 Euro in den Bitcoin zu investieren. Leider zu seinem nicht so wahnsinnig guten Zeitpunkt, nämlich im Herbst 2021, also kurz vor dem bisherigen All-Time-High. Nach rund einem halben Jahr stellt er fest, dass von seinen 5000 Euro in Bitcoin nur noch 3700 Euro da sind und da verliert er jetzt ziemlich schnell die Lust, verkauft das Zeug mit 1300 Euro Verlust und parkt jetzt seine restlichen 5700 Euro wieder auf dem Tagesgeldkonto. Und dafür denkt er sich, jetzt muss ich mal was Solides, was Ernsthaftes für die Altersvorsorge machen, ich schließe eine private Rentenversicherung ab. Er zahlt also jetzt 100 Euro im Monat in diese Rentenversicherung ein, das sind bis 67 dann rund 42.000 Euro an Beiträgen. Aber auch diesmal hat er sich nicht wirklich schlau gemacht, sondern dank Finanztipp zum Beispiel erfährt er dann irgendwann, dass so eine Rentenversicherung wirklich nicht die optimale Lösung für die Altersvorsorge ist. Da kommt ihm dann mit der Zeit ein ETF-Sparplan doch deutlich sympathischer vor. Also denkt er sich, weg mit dem Ding, nach zwei Jahren kündigt er die Versicherung wieder. Problem natürlich, vor allen Dingen in den ersten fünf Jahren, es ist in vielen Fällen, in den meisten Fällen so, dass der sogenannte Rückkaufswert, also das, was er rausbekommt bei Kündigung der Versicherung, niedriger ist, als das, was er eingezahlt hat. Das liegt unter anderem an den sogenannten Abschlusskosten, die Andi von seinen Beiträgen abgezogen werden. Aus denen wird zum Beispiel die Provision des Vermittlers bezahlt. Andi zahlt ja 100 Euro im Monat ein und insgesamt würde er, wenn er den Vertrag erfüllt, 42.000 Euro einbezahlen. Die Abschlusskosten, die haben wir hier mal mit 2,5 Prozent von diesen 42.000 Euro angenommen. Das sind 1.050 Euro. Diese 1.050 Euro werden auf die ersten fünf Jahre, also auf die ersten 60 Monate verteilt. 1.050 Euro durch 60 macht 17,50 Euro, 17,50 Euro, die immer von seinem 100-Euro-Beitrag abgezogen werden. Das heißt, in diesen ersten zwei Jahren, nachdem Andi dann kündigt, hat er bereits 420 Euro an Abschlusskosten bezahlt. Außerdem gibt es in so einer Versicherung noch weitere Kosten außer den Abschlusskosten. Dafür bekommt Andi aber auch ein bisschen Zinserträge und vielleicht machen die Fonds in der Versicherung auch ein bisschen Gewinne. Insgesamt bekommt Andi von den 2.400 Euro, die er eingezahlt hat, realistischerweise wahrscheinlich sowas um die 1.900 bis 2.100 Euro wieder raus. Das heißt, so ein Verlust von 300 bis 500 Euro ist eben durchaus möglich. Kleiner Zwischeneinschub. Solche Kosten sind bei neueren Versicherungen, Rentenversicherungen deutlich nach unten gegangen. Bei älteren Verträgen sind diese Kosten nochmal deutlich höher. Also, kleine Bestandsaufnahme. Andi hat 5.700 Euro auf seinem Tagesgeld und bekommt rund 2.000 Euro aus seiner Rentenversicherung zurück. Er ist jetzt so rund 35 und bis jetzt hat er mit seiner Geldanlage noch nicht wirklich viel erreicht und steht so ein bisschen unter Druck. Also, jetzt macht er endlich seinen ETF-Sparplan, aber sein Plan ist, mit 45, da muss doch endlich mal eine wirklich vernünftige Karre her. Mit 45 will er sich sein Traumauto kaufen können. 2.000 Euro lässt er wieder als Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto und die restlichen 5.700 Euro gehen eben ab in ein ETF plus einer monatlichen Sparrate von jetzt schon 400 Euro als ETF-Sparplan. Bei einer Rendite von immerhin nur 5% pro Jahr kommt er dann mit 45 auf 71.300 Euro rund. Das reicht auch für ein ordentliches Auto. Aber machen wir wieder den Blick zurück. Wie viel haben Andi die drei Jahre mit Ausprobiererei in Bitcoin und Rentenversicherung jetzt eigentlich gekostet? Wenn er mit 32, da hatte er 7.000 Euro, 5.000 Euro gleich in den ETF gesteckt hätte und gleich 400 Euro ETF-Sparplan gemacht hätte, dann würde er zum Schluss der Rechnung auf rund 96.700 Euro im Depot kommen. Der eigentliche Verlust war bei Andi nicht die Verluste mit Bitcoin oder die frühzeitige Auflösung der Rentenversicherung, sondern vielmehr die Zeit, die er verloren hat, die drei Jahre. Die haben ihn in der Endabrechnung nämlich tatsächlich rund 25.400 Euro gekostet. Wir sagen es ja immer wieder. Hin und her, mach Taschen leer. Und deshalb die Entscheidung Nummer zwei, die ihr unbedingt treffen solltet. Was sind eigentlich eure Sparziele und wie wollt ihr sie erreichen? Wollt ihr eine Weltreise machen? Wollt ihr euch ein Wohnmobil kaufen oder einfach nur ein teures Auto? Und wie sehen vor allen Dingen eure langfristigen Ziele aus? Denn langfristig, das wissen die erfahrenen Zuschauer unseres Kanals schon, da geht es eben darum, sein Geld möglichst breit gestreut in die Weltwirtschaft über einen Welt-ETF anzulegen. Und mit Renditen von 5% oberhalb der Inflation über 15, 20 Jahre kann man da schon rechnen. Aber eben auch nur langfristig. Und überlegt dabei auch immer, wie eure Risikobereitschaft ist. Zum einen solltet ihr natürlich nicht immer euer ganzes Geld in Aktien zum Beispiel stecken, sondern eben immer auch etwas auf dem Tagesgeldkonto als Notgroschen haben. Und zum anderen wollt ihr wirklich und wenn ja, wie viel Geld in noch risikoreichere Produkte wie zum Beispiel Kryptowährungen stecken. Und vor allem natürlich habt einen Plan. Einen Plan, den ihr dann auch durchhaltet und den ihr nicht kurzfristig wieder umschmeißt, wo ihr dann mit Verlust verkauft, so wie Andi mit den Bitcoin. Und Entscheidung Nummer 3 schließt sich unmittelbar an, was ihr ebenfalls früh in euren 30ern entscheiden solltet. Was sind eigentlich eure Gehaltsziele? Denn wenn ihr vorher eure finanziellen Ziele festgelegt habt, wisst ihr auch viel besser, was ihr eigentlich im Beruf gehaltstechnisch erreichen wollt. Und dann könnt ihr euch auch fragen, ob das in eurer eigentlichen momentanen Jobsituation überhaupt möglich ist oder ob nicht vielleicht doch ein Arbeitgeberwechsel zumindest langfristig ansteht. Kommen wir zu unserem letzten Szenario, nämlich Mira und Felix. Die sind beide 35 und sind schon richtig lange zusammen. Und ihr Problem ist, in Sachen Finanzen verlassen sie sich gerne jeweils auf den anderen. Zum Beispiel machen sie beide ziemlich ungern die Steuererklärung. Und deswegen liegt die Steuererklärung für 2018 immer noch rum. Da würden sie eigentlich eine Rückzahlung von 2000 Euro bekommen. 2000 Euro, die beim Finanzamt derzeit versauern. Wenn die beiden jetzt 2019 die Steuererklärung gemacht hätten und die Rückerstattung von 2000 Euro in ein ETF angelegt hätten und sagen wir, der ETF macht über drei Jahre immerhin 5% pro Jahr, dann sind ihnen jetzt 315 Euro schon mal entgangen. Und übrigens gehen wir an der Stelle nicht davon aus, dass wie es früher war, auf überfällige Steuernachzahlung es noch 6% vom Finanzamt gibt. Das wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben. Mira und Felix haben ein Gemeinschaftskonto, von dem immer wieder mal Geld auf ein gemeinsames Depot rübergeht. Aber sie haben keinen ETF-Sparplan, keinen Dauerauftrag. Das heißt, am Ende des Monats fliegen mal 300 und irgendwann später mal dann auch 600 Euro rüber in den ETF, je nachdem wie viel Geld sie am Monatsende tatsächlich übrig haben. Wenn man es objektiv betrachtet, könnten sich die beiden eigentlich easy 600 Euro gemeinsam ETF-Sparplan leisten. Aber weil sie eben kein Haushaltsbuch haben und auch keine sonstige Disziplin, geben sie immer wieder mal Geld hier und da aus für Klamotten oder anderes und deshalb fließen eben nicht regelmäßig 600 Euro in den ETF. Und dadurch geht schon einiges flöten. Wir nehmen mal an, dass bei Mira und Felix im Durchschnitt nur 350 Euro statt der machbaren möglichen 600 Euro in den ETF fließen. Nach zwei Jahren haben sie dann auf dem Depot rund 8800 Euro. Aber wenn sie stattdessen konsequent 600 Euro in den ETF-Sparplan gekloppt hätten, wären es nach zwei Jahren bei 5% Rendite schon rund 15.100 Euro gewesen. Das heißt, nur weil sie sich mit Sparaufträgen und sowas nicht beschäftigen wollen, hat sie das schon rund 6.300 Euro an Ansparungen gekostet. Der Abstand bei dieser Rechnung wird natürlich immer größer, je länger die zwei das so machen. Und daran sieht man halt mal wieder, Zeit ist wirklich Geld. Und dazu kommt noch, dass Mira und Felix sich auch nicht mit so Sachen wie Handyverträgen oder Stromverträgen beschäftigen. Zum Beispiel zahlt Mira noch 25 Euro für ihren Handyvertrag, der heutzutage aber schon leicht für 10 Euro im Monat zu haben ist. Das heißt, da sind wieder mal 180 Euro Einsparungen im Jahr drin. Entscheidung Nummer 4 früh in euren 30ern. Setzt euch aktiv mit euren Finanzen auseinander. Manchen Leuten macht das keinen Spaß, aber es kann helfen, das auch als Paar gemeinsam zu machen und sich gegenseitig dazu anzuhalten. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Motivation. Zum Beispiel die Steuererklärung, da ist halt für den durchschnittlichen Arbeitnehmer tatsächlich rund um die 1.000 Euro statistisch drin. Und die 1.000 Euro will man ja schließlich auch für den Urlaub ausgeben können. Und einmal sollte pro Jahr dann auch der Check zum Beispiel der Versicherungen drin sein. Also habt ihr noch die Versicherung, die ihr unbedingt braucht und geht da nicht was Besseres, zum Beispiel bei der Haftpflicht, bei der Kfz-Versicherung oder auch bei der Krankenkasse. Das kann man ebenfalls als Paar gemeinsam machen, dann macht es vielleicht auch ein bisschen Spaß. Macht euch außerdem Gedanken über eure Sparquote in Prozent eures Einkommens und legt die entsprechende Sparquote einmal im Jahr fest. Und das sollte halt dann über einen ETF-Sparplan und einen Dauerauftrag zum Beispiel aufs Tagesgeldkonto funktionieren. Wie viel ihr von eurem Gehalt sparen solltet, das haben wir in diesem Video schon mal dargelegt. Und wie viel ihr sparen könnt, dazu braucht ihr am Ende wahrscheinlich dann doch ein Haushaltsbuch. Ob ihr das jetzt per App macht, online oder doch per Excel oder sogar mit der Hand, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hauptsache ihr setzt euch damit auseinander. Am Ende werdet ihr feststellen, es ist einfach dann doch ein richtig gutes Gefühl, sich die Zeit genommen zu haben und die eigenen Finanzen wirklich in Ordnung gebracht zu haben. Und das eben am besten früh in euren 30ern und nicht erst, wenn der 40. vor der Tür steht. Wie seht ihr das? Wann habt ihr wirklich zum ersten Mal damit begonnen, eure Finanzen in Ordnung zu bringen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like, lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und schaut auch beim nächsten Video wieder rein. Euer Saidi.